Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute stelle ich euch ein Buch von Naomi Novik vor. Das dunkle Herz des Waldes. Das Buch wurde mir von einer Viewerin hier auf YouTube empfohlen. Und ja, ich fange einfach mal mit den Basics an. Das Buch hat 570 Seiten, kostet in der gebundenen Ausgabe 9,17,99. Ich habe es aber für 10 Euro bei Medimops bestellt, also könnt ihr auch einfach mal da nachschauen. Das Taschenbuch kostet 9,99 Euro und das E-Book, zumindest als Kindle, 6,99. Ich werde euch den Link dazu aber nochmal unten in die Videobeschreibung reinpacken. Zum Cover. Das Cover gefällt mir wirklich gut. Als ich den Titel gegoogelt habe, ist es mir sofort ins Auge gestochen. Und ich muss sagen, dass es mich so sehr angesprochen hat, dass ich es unbedingt kaufen wollte. Mir gefällt überhaupt das Zentrum, also dieser Wald mit den großen, dicken Bäumen. Dass aber auch dieses Mädchen im Vordergrund noch zu sehen ist, finde ich auch ziemlich cool. Man sieht, dass sie nicht das Zentrum des Geschehens ist, aber dass sie eben trotzdem auch wichtig ist. Finde ich total cool gemacht. Worum geht's? Das Ganze spielt in Polnia. Das ist ein Reich in einer großen Welt, die wir aber so weiter nicht kennenlernen. Also es spielt sich alles in Polnia ab. Und dort wächst die Protagonistin Agnieszka am Rande eines großen, dunklen, bösen Waldes auf. Am Waldrand gibt es mehrere verschiedene Dörfer, ich glaube so sieben Stück oder sowas. Und die leben sozusagen immer so ein bisschen im Schatten dieses Waldes. Der Wald bringt immer wieder irgendwelche Übel hervor. Zum Beispiel würde in einem Jahr die Ernte verseucht für irgendwelche Pollen rumfliegen und denen wohnen sozusagen die Saat des Bösen inne. Und die Leute, die halt von dem Zeug essen, die werden dann vom sogenannten Übel befallen. Das merkt man so nicht an, aber irgendwann fangen die Leute halt an verrückt zu spielen, zum Beispiel ihre Familie abzuschlachten und sowas halt. Von diesen Krankheiten oder dem Übel können auch Tiere befallen sein, die dann zum Beispiel auch Menschen angreifen und die damit halt anstecken. Was der dunkle Wald damit erreichen will, ist eigentlich klar. Er will sich natürlich ausdehnen. Es gibt nur einen einzigen, der tatsächlich in der Lage ist, den Wald zurückzuhalten. Und das ist der sogenannte Drache. Das ist ein Zauberer, der wohnt am Rande des Tals in einem hohen Turm. Und alle zehn Jahre kommt er raus und holt sich ein Mädchen. Die ganze Zeit über geht es eigentlich darum, dass die beste Freundin von Agnieszka ihr ganzes Leben darauf vorbereitet wurde, dass sie eben, wenn der Zyklus, ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe, alle zehn Jahre holt er sich die, wenn der Zyklus wieder vollendet ist sozusagen, dann kommt er und soll diese beste Freundin von Agnieszka holen. Und es ist eigentlich klar, dass er sie holt, weil er immer die hübschesten, nettesten Mädchen, begabtesten aus dem Dorf holt. Als der Drache dann aber auftaucht, wie soll es auch anders sein, nimmt er Agnieszka mit und die muss dann zehn Jahre lang in seinem Turm leben. Während ihrer Zeit soll sie aber eben auch in Magie unterrichtet werden. Und tatsächlich ist es halt so, dass Agnieszka anscheinend eine sehr, sehr starke Magie in sich trägt, die aber nicht mit der Magie des Zauberers, also des Drachen, übereinstimmt so richtig. Und dementsprechend schwerfällt es, diesem Agnieszka zu unterrichten. Und er verzweifelt so ein bisschen an ihr. Als er dann wegen eines Notfalls in die Hauptstadt beordert wird, kommt es zu einem Großangriff auf das Dorf, in dem Agnieszka aufgewachsen ist. Und dort muss sie dann natürlich hin, um zu helfen, wie sollte sie auch anders können. Und es beginnt ein großer Kampf gegen den dunklen Wald, denn offensichtlich hat der sich endlich entschieden, dass er die Welt erobern will. Wie hat mir das Ganze gefallen? Tatsächlich war ich vom allerersten Satz an total gefesselt, also man wird sofort reingesogen. Hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, direkt von Anfang an. Der Schreibstil der Autorin ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil sie ganz, ganz viel mit Absätzen arbeitet. Und das ist in den meisten Büchern eigentlich eher so ein Zeichen von, okay, wir haben jetzt hier einen Ortswechsel. Hier wird das aber eher so, oder ein Zeitwechsel oder sowas, hier wird das aber eher als so eine Art Spannungssteigerung benutzt. Wenn es zu einer spannenden Situation kommt, dann bricht die mitten im Satz ab, so wie im Absatz ab. So wie zum Beispiel, wenn ein Kapitel endet und es wird ein Cliffhanger kreiert. Aber es geht halt quasi im nächsten Absatz direkt weiter. Das ist am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ansonsten nichts, woran man sich soweit stört. Die Protagonistin und der Drache sind auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Die Protagonistin ist ein richtiger Schussel, einfach totaler Chaot. Und sie schafft es auch, keine Ahnung, sie schafft es einfach mit jeder Kleinigkeit zum Beispiel Flecken auf ihre Kleider zu machen. Und ich finde es einfach so geil, wie nüchtern es beschrieben wird, wie sie einfach so beim Kochen sich mit 13 verschiedenen Flecken einsaut und es auch gar nicht mehr mitbekommt. Und ich finde es wirklich total sympathisch geschrieben. Am Anfang hat man tatsächlich das Gefühl, die Protagonistin ist ein bisschen zurückgeblieben. Aber im Laufe der Zeit merkt man, dass es gar nicht der Fall ist, sondern dass sie einfach auf eine andere Art und Weise denkt und die Dinge sieht. Als gute Brücke zwischen ihr und uns steht da der Drache. Der ist ein Zauberer, der seit über 150 Jahren alleine in diesem Turm lebt. Dementsprechend kann man sich vielleicht vorstellen, wie der sich fühlt. Außerdem ist er natürlich auch sehr ausgeschlossen aus der Dorfgemeinschaft, weil er dort nie auftaucht, außer um sich eine von den Töchtern zu holen. Und jedes Mal, wenn eine von den Töchtern halt zurück in das Dorf kommt, bleibt sie nicht lange da, sondern zieht schnell weg. Deswegen haben die Dorfbewohner eben eine sehr zwiegespaltene Meinung von dem Drachen. Und Agnieszka natürlich dementsprechend auch hat sehr viel Angst, als sie da ankommt. Und der Drache ist auch jetzt kein Sympathiebolzen. Der ist einfach, ich finde ihn einfach total herrlich. Der ist die ganze Zeit mega wütend, sauer, total angepisst und beleidigt die auch noch die ganze Zeit. So auf total direkte Art und Weise. Und gleichzeitig fand ich ihn aber unglaublich sympathisch. Und zwar gibt es hier halt eine Sache, die mir so noch nicht direkt untergekommen ist. Und zwar gibt es hier halt die Magie, die der Drache wirkt. Und es gibt die Magie, die die Agnieszka wirkt. Und man muss halt wirklich sagen, Agnieszka, ich weiß nicht, das ist schwierig, das auszusprechen. So schnell. Der Drache will Agnieszka seine Magie beibringen und sie merkt ganz schnell so, damit komme ich jetzt gar nicht parat. Und wir haben hier dann halt so eine Art Mischung aus einem totalen verkopften Logikmenschen und jemandem, der auf seine Gefühle hört. Und das ist eine total explosive, aber super interessante Mischung. Und ich finde es auch total cool, wie der Drache dann halt auch als Allmächtiger dargestellt wird. Aber langsam und sicher halt an seine Grenzen stößt, je länger er mit Agnieszka zusammen ist. Und mir hat das einfach total gut gefallen, diese Kombination zu sehen. Und auch wie die dann später halt zusammenarbeiten und sowas, ist einfach etwas ganz Besonderes gewesen. Generell hat mir das Magiesystem auch sehr gut gefallen. Wir haben Zaubersprüche, die werden aus verschiedenen Worten zusammengesetzt und können dann einen großen Spruch ergeben. Aber es kann zum Beispiel auch nur ein einziges Wort immer wieder gesagt werden. Das ist auch ein Zauberspruch. Und dabei können halt ziemlich viele, ziemlich coole Sachen gemacht werden. Das erfahrt ihr aber alles, wenn ihr das Buch selber lest. An sich aber fand ich das Magiesystem echt sehr cool. Und es hat mir auch total gut gefallen, dass es eben verschiedene Arten von Magie und von, ich sag mal, Spezialisierungen auf verschiedene Magiesorten, in Anführungszeichen, gibt. Und dementsprechend auch Persönlichkeiten, die dazu gehören und dazu passen. Das hat mir alles wirklich sehr, sehr gut gefallen. Man muss dazu sagen, dass das Buch ist sehr dick, sehr lang. Es gibt eine lange, große Story und ein großes Thema, was über allem steht. Das Thema wird aber erst auf den letzten 200 Seiten richtig angeleitet sozusagen, sodass man auch langsam anfängt, dahinter zu steigen. Ich habe vorher erlebt die Protagonistin, aber auch viele Dinge, die Spannung erzeugen und die auch auf das Ende dann quasi hinarbeiten. Aber es sind eher so kleine Spannungskurven, die Agnieszka aber auch ihrer Magie näher bringen sollen. Dementsprechend wird es aber auch nicht langweilig. Ich hatte tatsächlich nur an einer Stelle das Gefühl, ich würde jetzt gerne wieder da, also weitermachen. Aber das war dann gleichzeitig auch die Stelle, wonach ich glaube, zehn Seiten oder so es dann richtig heftig anfing abzugehen. Also damit habe ich wirklich überhaupt gar nicht gerechnet, habe mich aber natürlich dementsprechend gefreut. Eine Sache, die man auf jeden Fall dazu sagen muss. Die Autorin schreibt sehr bildhaft, aber auch sehr abstrakt. Ich fand es an vielen Stellen, gerade was Magie betraf, wo sie dann Allegorien verwendet hat oder sowas, stellenweise zu abstrakt, sodass ich dem nicht mehr so richtig folgen konnte. Deswegen konnte ich manchmal auch so die Schlussfolgerungen nicht ganz begreifen. Im groben Sinne schon, aber nicht tiefgehend. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es einfach an meinem persönlichen Empfinden hadert, sage ich mal. Ich fand es einfach schwer, mich auf diese Art Vorstellungskraft einzulassen. Aber das liegt ja bei jedem Leser so selbstbegründet, sage ich mal. Auf jeden Fall kann ich das Buch empfehlen. Es ist wirklich eine tolle Fantasy-Story mit exzentrischen Charakteren, die ich aber sehr, sehr geil finde. Es hat mir viel, viel Spaß gemacht, das zu lesen. Also vielen Dank an dieser Stelle für die Empfehlung. Ich werde mir definitiv noch ein weiteres Buch der Autorin holen, und zwar Das kalte Reich des Silbers. Ich habe noch nicht reingeguckt, ich weiß gar nicht, ob die Geschichten vielleicht irgendwie zusammenhängen. Ich bin aber auf jeden Fall gespannt. Was ich noch sagen wollte, genau, fällt mir jetzt gerade ein. Die Autorin, das steht hinten drin, ist zwar in New York aufgewachsen, aber ihre Eltern, glaube ich, kommen aus Polen. Auf jeden Fall ist sie mit polnischen Märchen aufgewachsen. Man merkt diesen polnischen Einschlag auch einfach ziemlich. Nicht nur im Namen der Protagonistin, sondern auch in denen der anderen, in den Ortsbezeichnungen, in den Speisen und so weiter. Den Einschlag merkt man, finde ich aber eher interessant als störend. Und ich hatte das ja bei 365 Tage schon mal gesagt, dass ich das interessant fand, mal von einer polnischen Autorin was zu lesen. Generell, weil ich aus der Richtung irgendwie noch nie was hatte. Dementsprechend interessant fand ich es jetzt einfach, das hier weiter zu verfolgen. Ja, hat mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen. Wie gesagt, das Buch kriegt von mir definitiv fünf von fünf Sterne. Es ist mal was anderes, aber definitiv richtig geile Fantasy und auch ziemlich märchenhaft. Beim nächsten Mal stelle ich euch, weiß ich noch nicht genau, was ich euch denn vorstelle, ehrlich gesagt. Ich habe so viele Videos bei mir rumstehen, rumstehen, rumliegen auf der Festplatte. Und ich weiß noch nicht, welches ich als nächstes hochlade. Aber wer sich dafür interessiert, kann gerne mal auf meinem Instagram-Account vorbeischauen. Da heiße ich auch Liliteratur. Da poste ich dann regelmäßig, was für Videos demnächst hochkommen, was ich gerade lese. Und es gibt auch Kurzrezensionen, wo ich schon mal so kurze Bewertungen zu den Büchern abgebe. Ansonsten würde ich mich natürlich über jeden Like und Kommentar eurerseits freuen. Gerne auch, wenn ihr Bücher empfehlen möchtet oder sonst irgendetwas. Ansonsten drückt auch gerne auf den Abonnieren-Button und aktiviert die Glocke, dann könnt ihr auf meinem Kanal nichts mehr verpassen. Ich wünsche euch wie immer ganz, ganz viel Spaß beim Lesen und noch einen schönen Tag.